Bei mir Fabio Hofer schützt zum 2 zu 0, zum Game Winners. Gratulieren zum ersten Sieg im Jahr 2020, nach 5 Niederlag in Serie. Das muss gut tun. Ja, es tut echt gut. So nach der Partie gestern, dass wir verloren haben zu Hause, ist das eine Befreiung. Wir haben jetzt 4 Spiele hintereinander verloren. Und das tut jetzt sehr gut, der Sieg. 5 sogar, 4 im neuen Jahr. Jetzt endlich der Sieg ist gegen gleich Gegner, als wir gestern gespielt haben. Wir haben noch 5-2 verloren gegen Rapperswil. Was war heute anders? Ich glaube, dass wir keinen Drecksarbeit besser gemacht haben als wir gestern. Und gestern haben wir im Slot einfach zu viele Chancen zulassen, den Rappi zu spielen. Heute haben wir es besser gemacht. Vor dem Tor haben wir geschaut, dass nichts durchkommt. Und unsere Chancen heute genutzt. Und ich glaube, dass wir defensiv und offensiv besser gespielt und aggressiver waren. Und direkt in der zweiten Linie spielen, neben Müller und Zwerger, muss auch schön sein. Wir haben jetzt auch mit dem Goal dankt. Ja, sehr schön. Wir haben in der vierten Linie gestartet, ist klar. Noch eine lange Verletzung muss ich zuerst finden. Heute war es schon in der zweiten Linie. Ich glaube, es ist gut gelaufen mit uns drei. Wir haben einige Chancen gekriegt. Ich glaube, eine gute Partie abgeliefert. Umso glücklicher sind wir. Gratulieren, danke. Mal sehen wir mal. Ich hoffe, es ist gut.